In der Kinderheit hätte ich alle meine Spielzeuge abgeben, um solches zu bekommen. Hallo und herzlich willkommen. Heute ist mit euch Vitali. Und heute schauen wir mal, was das Mini-U-Boot kann. Der vorderste Vorteil der Submarine ist ihre Preis. Sie kostet nicht teuer. Das Link des U-Bootes konntet ihr in der Beschreibung des Videos finden. Das ist eine Fernbedienung von ihr. Ihre Größe ist nicht so groß, nur 12 cm. Drinnen befinden sich drei Motoren, 1, 2, 3, und der dritte Motor ist für das Eintauchen verantwortlich. Ich möchte es nicht auseinandernehmen, weil es in dieser Stelle vollkommen zugeklebt ist. Die Fernbedienung braucht vier Batterien und hier an der Seite befindet sich ein Fach, wo der Draht des Steckers ist, womit wir das U-Boot aufladen können. Im U-Boot ist ein Akku. Wenn wir den Schnabel herausziehen, ist es schon betriebsbereit. Und jetzt stecken wir unser Ladegerät hinein. Aber vorerst laden wir den Akku auf. Während der Aufladezeit fülle ich die Badewanne mit Wasser an, bis zur Ränder. Zur Fernbedienung hat man eine Antenne. Prüfen wir mal das U-Boot auf dem Tisch, wie Motoren funktionieren. Prüfen wir mal vorwärts, rückwärts und hier ist das Eintauchen. Die Entfernung der Steuerung ist 7 Meter. Es ist reich für ein Badezimmer. Der erste Stapel auf. Spuske nach Waddu. Wurde, hier ist alles normal. Spuske nach Waddu. Spuske nach Waddu. Spuske nach Waddu. Spuske nach Waddu. Spannungsgeladene Der Akku reicht nur für 7 Minuten aus und es ist hauptsächlich die Ladung, die das U-Board hatte, als es zu mir gekommen ist. Anstatt diese Batterien, wäre es besser Akkus zu kaufen. Im U-Board ist ein Lenker, der Mechanik ist und nicht mit der Fernbedienung zu tun hat. Das U-Board kann selbstständig während des Betriebes eines oder zweites Propellers abbiegen. Dieser Lenker wird immer nützlich sein, wenn ihr wolltet, dass das U-Board immer im Kreis laufen wird. Ich bin zufrieden mit dem Einkauf. Das U-Board ist das Geld wert. Es würde cool, wenn die zwei Personen mit solchen U-Boarden spielen können. Aber wenn man zwei Boote steuert, dann kann man nur mit einer Fernbedienung sie steuern, weil die Frequenzen sind gleich. Was denkt ihr, wie kann man diese Probleme lösen? So, liebe Freunde, wenn das Video euch gefallen, lasst mal einen Kommentar mit eurer Meinung über dieses U-Board abonnieren und nicht vergessen ein Like zu stellen, um in der Zukunft was Interessantes zu sehen. Ciao!